Hallo Freunde, Tika von Kratos hier und wir melden uns zurück mit dem fünften Part von A Walk in the Dark. Ähm, wo sind wir denn? Hallo? Da sind wir, da sind wir. Da müssen wir rein. Äh, ich hab total... Wir kriegen das bei der Steuerung gleich wieder. Okay, C&V war's glaube ich. Ist schon eine Weile her, dass ich das gespielt habe. Aber hatten wir das nicht schon? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, ich hatte nichts, was sich bewegt dabei. Nein! Das fängt schon wieder super an. Ja, sag ich doch. Fängt total super an. Alter! Enrage! Rage-Mode an! Rage-Mode aus! Juch! Ich krieg das hin. Ich bin gut. Ich bin so schlecht. Ich bin so schlecht. Was ist das? Was ist das für ein scheiß Spiel? Das kann doch nicht so schwer sein. Alter! Ich dreh so ab gerade. Man merkt, glaube ich, ich bin gerade ausgeschlafen. Nein! Das gibt's nicht. Ach, komm schon. Was soll das denn? Das ist zum Kurzen. Das ist ein so beknacktes Spiel. Echt. Gras! Ich hasse es, mit der Tosse hier zu spielen. Wow. Was nun? Was nun? Nein! Nein! Nein, 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 du sollst es auch! Ach, ja! Oh! Ma! Halleluja! Oh Gott, nein, 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 nein. Oh, das gefällt mir überhaupt nicht. Das gefällt mir immer gar nicht. Oh, komm, 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 komm! Ah! Oh! Oh! Oh, oh Gott. Ah. Oh, 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 oh. Nein, 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 nein. Oh mein Gott. Nein. Oh, nein, 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 verdammt, ey. Das gibt's nicht, das ist... Das Spiel trollt mich, das Spiel mag mich nicht. Ich mag das Spiel langsam auch nicht mehr, davon abgesehen, aber... Ah. Wow. Halleluja. Oh Gott, was ist das denn jetzt? Oh. Das gefällt mir gar nicht. So. Nein. Nein, 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 nein. Böses Spiel, ganz böses Spiel. Ach, geh nach Hause spielen. Go home game, you're drunk. Äh. Oh. Das ist schlimmer als jedes Horrorspiel. Ah. Och, komm. Och, komm. Ups. Komm schon, los, rauf da. Hina, hinauf. Hinunter. Hinauf. Hinunter. Hinauf. Oh, wie soll ich denn da durchkommen? Oh, nein. Oh. Wow. Ah, geschafft. Ich bin so gut. Oh Gott. Ich bin auf jeden Fall da rauf. Ich bin auf jeden Fall da rauf. Oh Gott. Ich bin auf jeden Fall da rauf. Oh Gott. Oh, das ist ein schönes Ende von dem Level. Relativ einfach. Yay. So. Nein, so war das nicht geplant. Hier rein. Oh Gott. Wie geht mir das jetzt wieder? Oh, das gefällt mir aber mal überhaupt nicht. Ah, das gefällt mir überhaupt nicht. Oh, die Welt steht Kopf. Die Welt steht Kopf. Das muss ich... Oh. Alter. Nein, Spiel. Warum tust du mir sowas an? Boah. Ich will's haben. Das kann ja nicht angehen, dass ich das Ding nicht kriege. Das hat mich schon bei dem einen Level... Ah. So extrem gestört, dass ich das Teil nicht gekriegt habe. Fium. 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 Ja, spring in die Stacheln rein. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Jump. 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 Nein, so geht doch. Ei. Das über Kopf spielen und denken ist echt ein bisschen kompliziert. Ähm. Willst du mich verarschen? Äh, ja. Das könnte noch eine Weile dauern. Sag ich ja. Das könnte noch eine Weile dauern. Nein. Ich will's haben. Give it. Give it. Die. 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 Ey, ey, ey. Ey, das ist doch der Wahnsinn. Das Spiel ist so knuffig, aber so gemein. So knuffig, aber so gemein. Ich möchte Videospielentwickler werden. Jeder würde mich hassen. Das wäre super. Wie. Huh. Nein. Nääääää. Oh Gott. Ich kann noch nicht rückwärts denken. Jetzt funktioniert der vor... War das ein Doppel-Dead? Geht sowas überhaupt? Ich kann ja schon vorwärts nicht denken, aber dann auch noch rückwärts denken. Besteht's? Was war echt ein Doppel-Dead? Ich hasse es. Ich, ich... Ähm. Ja. Genau. Na. Komm schon. Spiel. Es ist doch alles gut. Wir sind Freunde. Hast du schon vergessen? Spiel. Ich mag dich. Ich hab dich angepräst. Ich hab gesagt, sie sollen dich kaufen. Ich hab gesagt, sie sollen all ihr... Geld... Äh. Warum läufst du nicht? In dich stecken. Ähm. Das klingt irgendwie falsch. Spiel. Du bist seit neuestem jetzt eine Stripperin. Ist mir egal, ob dir das passt oder nicht. Du bist jetzt... Du bist bescheuert, Spiel. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui doch einfach da rein wenn man dir das nicht rein springen solltest in das helle licht springen das ist echt deprimierend dass das glaubt mir keiner wie deprimierend das ist ja genau das ist so deprimierend das ist der wahnsinn das ist da fand ich gleich an zu singen so deprimierend ist das ich werde bekloppt es hat mich angeschrieben verdammt ich habe vergessen mein ding auszuschalten verdammt es tut mir leid sonst stelle ich mich immer auf nicht ignore auf 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 beschäftigt aber jetzt habe ich vergessen weil ich dachte ich wäre es noch nein meine güte wie man sich über eine sache aufregen kann das ist echt der wahnsinn hey wir haben gleich keine zeit mehr ich möchte wenigstens noch das level schaffen ich kann nicht mehr ich will nicht mehr ich bringe es gleich oben got to kill it nicht die katze nicht die katze nicht die katze ich lasse das ding echt gleich stehen es ist mir egal scheiß drauf gibt es halt kein was weiß ich was das überhaupt irgendwas bringt wahrscheinlich schon aber ich stelle mich gerade echt zu blöd dafür ich komme ich komme nicht mehr auf die andere seite da fuk ja du sollst nicht kriechen sondern springen aber lassen was ja du sollst da nicht rein springen dankeschön ja du sollst da auch nicht abrutschen du sollst da hoch springen du bist eine verdammte katze wir haben erstes hindernis haben wir erledigt u hugo g oh mein gott das wird genau so böse Ich lasse das Teil jetzt absichtlich liegen. Das kann ich mir wann anders auch noch holen, irgendwann mal. Aber ich möchte den Level noch schaffen, bevor meine Aufnahmezeit vorbei ist. Was nämlich in drei Minuten der Fall sein wird, glaube ich. Zumindest, wenn ich richtig auf die Uhr geguckt habe. Bist ich jetzt bescheuert? Das hat beim ersten Mal gerade so gut geklappt. Ja, also es geht doch. So. Ich denke, es wäre nicht so schwer, sich das Teil zu holen, aber ich kenne mich. Nachdem ich es jetzt noch nicht mal schaffe, hier... Zack, zack. Zack, zack. Chapp, chapp. Komm schon. Chapp, chapp, chapp. Ja, so eine Art. Chapp, chapp. Chapp, chapp. Chapp, chapp. So, machen wir mal so. Das ist echt... Ach, so deprimierend. Debrum. Das ist so deprimierend gerade. Das kann sich keiner vorstellen. Ach, das Spiel ist so süß. Ne, wir könnten ja nicht einmal versuchen, das Teil zu kriegen. Nein. Das schaffe ich eh nicht. Oh, jump, Kitty. Du sollst höher springen. Zack, 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 zack. Eins, zwei. Okay, das deprimiert mich jetzt echt. Das deprimiert mich. Spiel. Du bist scheiße. Du hast zwar eine endgeil süße Grafik, aber du bist scheiße. So. Wah. Wollte eigentlich reinlaufen. Ich wollte nicht den Helden spielen. Langsam wird's lächerlich. Langsam wird's echt lächerlich, wie ich finde. Ja, super. Nein, das war keine Absicht gewesen. Das war auch keine Absicht. Das auch nicht. Das, äh, naja. Sah so aus, als wäre es Absicht gewesen, war's dann natürlich auch nicht. Ich bin einfach nur schlecht in solchen Spielen. Ich werde wahnsinnig, schalalalala. Ach komm, das kann doch echt nicht so schwer sein, da, durch. Ja, wir versuchen das nicht wieder. Ja, klasse. Spring rein. Ist in Ordnung. Was ist das denn jetzt? Wieso hast du so viel Schwung drauf auf einmal? Ja, da ist natürlich zu wenig Schwung drauf. Ist mir klar. Ist mir klar, Katzi. So. Oh, Katzi braucht einen Namen. Ich nenne sie Miau. Los, Miau. Nochmal. Ja. Ha, ha. Geschafft. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende angekommen. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bye, bye. Bye.